Babyalarm beim Wendler. Ist seine Laura schwanger? Der Schlagerstar und seine 18-jährige Freundin sorgen derzeit für Schlagzeilen. Nur wenige Monate nach der offiziellen Trennung von Noch-Ehefrau Claudia sorgt der Wendler mit verliebten Instagram-Posts für Aufsehen. Bei der VOX-Sendung Goodbye Deutschland zeigt sich der Sänger und seine 28 Jahre jüngere Freundin verliebt bis über beide Ohren. Für den Wendler möchte Laura sogar die Schule abbrechen und zu ihm und seiner Tochter Adeline nach Florida auswandern. Eine Aussage des Wendlers feuert die Gerüchteküche nun noch weiter an. Ich liebe Kinder und ich würde gerne noch welche haben. Bisher scheint es aber noch nicht so weit zu sein. Der Wendler setzt sich dafür ein, dass Laura ihr Abitur zu Ende macht, bis sie zu ihm in die USA auswandert. Na dann!